Wir befinden uns heute hier im Martinshof. Der Martinshof ist eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. In dieser Anlage werden hauptsächlich Drehstäbe produziert. Wir haben diese automatisierte Lösung gewählt, weil wir vorher Fehlerbilder hatten, die wir vermeiden mussten. Das Ziel bei der Implementierung war, dass wir eine große Bandbreite von Mitarbeitern daran einsetzen können, weil wir haben Mitarbeiter mit geistigen Behinderungen, Mitarbeitern mit körperlichen Behinderungen und die müssen alle gemeinsam an dieser Anlage arbeiten können. Pokayoke ist eine japanische Produktionsphilosophie. Frei übersetzt heißt es so viel wie das Vermeiden menschlicher Fehler aus Produktionssequenzen oder auch Montageschritten. Guided Operator Solutions ist die Mitsubishi Electric Interpretation der Pokayoke Philosophie. Herkömmliche Montagezellen oder Handarbeitsplätze haben keine zusätzliche Intelligenz. Dieser Handarbeitsplatz verfügt über eine Intelligenz, das heißt über Sensorik. Und diese Sensorik in Kombination mit Kameras oder Barcode-Scannern versetzt uns in die Lage, Bediener aktiv durch Produktionsprozesse zu führen. Für unsere Produktion ist am wichtigsten, weil wir hier Menschen mit Behinderung einsetzen, dass Prozesse wirklich abgearbeitet werden und dass wir halt nicht Unterbrechungen haben und dass man halt die Prozesse wir durcheinander vorstellen kann. In dieser Anlage gibt es verschiedene Produktionsschritte. Das ist ein Filterprozess. Die Anlage ist so aufgebaut, dass immer ein Schritt quasi verendet werden muss, bevor ich den nächsten beginnen kann. Habe ich alle Prozessschritte am Ende ausgeführt, gibt es am Ende nochmal eine Kontrolle, ob ich wirklich die Drehmomente links und rechts angezogen habe. Habe ich das alles erfüllt, geht die Verriegelung runter und der Drehstab kann entnommen werden. Die Herausforderung bei der Umsetzung beim Martinshof waren unter anderem, dass wir schon Peripheriegeräte in der Produktion hatten, wie zum Beispiel ein Scanner, mit dem das Bauteil verifiziert wurde und diese Teile galt es zu implementieren. Die Herausforderung haben wir auf mechanischem Wege geprüft über die Vorrichtung und auf elektrischem Wege über die Mitsubishi Elektriksteuerung. Die Anlage wurde auf die Bedürfnisse zugeschnitten aus eigener Erfahrung mit der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die wir in der langjährigen Zusammenarbeit gesammelt haben. Das Besondere ist der direkte Anspruch und die direkte Unterstützung der Anlage für den Werker. Ein weiterer Vorteil dieser Änderung ist für uns, dass wir jetzt schön über dieses Panel Arbeitsanweisungen in Bildern darstellen können. Gerade Schrift ist bei uns manchmal ein Problem, weil nicht alle lesen und schreiben können und durch diese Bilder kann ich quasi noch mal mich rückversichern, was der nächste Schritt, wie sieht der aus? Diese Lösung ist grundsätzlich überall industriell anzuwenden, wo eben halt Produkte mit einer Varianz verbaut werden oder Produkte, die eine bestimmte Montagereihenfolge erhalten müssen. Die Mitsubishi Elektrik-Lösung von Pocoyoke zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Vielzahl an Lösungen gibt am Markt, dass wir aber die einzigen sind, die in der Kooperation jetzt mit Hanke einen intelligenten Arbeitsplatz direkt aus einer Hand zur Verfügung stellen können. Die Zusammenarbeit mit Mitsubishi Elektrik lief sehr gut. Es war ein interaktiver Austausch von Erfahrungen, von Informationen, gerade in der Anwendung. Wenn es Probleme gibt oder die Kundschaft hat Sonderwünsche, steht ein Mitsubishi Elektrik schnell zur Seite und kann einem dort denn entsprechend auch helfen. Die Mitarbeiter sind damit sehr zufrieden und können alle daran arbeiten, so wie wir es geplant haben. Von daher sind wir eigentlich sehr zufrieden, weil wir unsere Erwartungen übertroffen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017